Hallo zusammen, ihr wisst, ich habe die Vertretung hier von Leintron, ich habe auch schon mehrere Videos gemacht über die Batterien. Leintron sind Top-Batterien, nur das Thema ist, messen die Lieferzeit. Das gibt auch Wolfgang Felsen zu, dass sie ein Luxusproblem haben mit der Lieferzeit. Ich habe teilweise zwei Monate gewartet auf die Batterien. Und so habe ich natürlich rumgeschaut, was gibt es, was hatte Leintron früher, wo kommen die Batterien her. Und ihr wisst, da gibt es solche Videos von Friendship. Ihr seht unten den Link und ihr seht, diese Batterie ist grau. Das Video verlinke ich euch hier unten. Ja, ich habe natürlich nicht so ein Riesenprogramm wie Leintron. Ich habe Leintron weiter. Ich habe zwei Batterien jetzt im Sortiment, eine 100 Ampere und eine 150 Ampere. Ich habe hier ein Datenblatt, das verlinke ich euch natürlich logischerweise unten. Auch diese Batterien haben eine App. Wir können den Batteriezustand angucken, Strom, das rausgeht, Strom, der reingeht. Der Zustand der Batterie, ob zugeschaltet, laden, entladen. Ja, das ist das, was diese Batterien können. Ich habe die Batterien auch am Lager. Also ihr könnt hier vorbeifahren. Wir sagen, ich will so eine Batterie und die aufladen. Ich sitze in der Schweiz. Seht ihr hier irgendwo, Schweizer Kreuz. Ich habe die Batterien in der Schweiz. Wir haben eine Schweizer vorgezogene Recyclinggebühr. Aber wir haben gegenüber Deutschland nur 16%. Also Deutschland hat 16% Mehrwertsteuer. Jetzt noch, was kommt, wissen wir nicht. Und in der Schweiz haben wir 7,7%. Das heißt, wir liefern diese Batterien momentan nicht in Deutschland aus. Wenn ein Deutscher hierher kommt, er kann für 24 Stunden zum aktuellen Zeitpunkt einreisen, das mit dem Mikrobe, da wissen wir nicht, was genau läuft. Er kann so eine Batterie einpacken, bei sich ins Wohnmobil bauen und das Thema vergessen. Zu den Preisen, diese kostet 900 Euro, sorry, Franken, und diese 1300, genau das seht ihr, was ich unten verlinke im Datenblatt. Jetzt im Winter, wenn ihr zu mir kommt und sagt, ich will so eine Batterie, ich komme mit meinem Wohnmobil vorbei, wir wechseln euch die Batterie. Das ist mein Angebot. Das gilt auch für den Liontron. Wenn ihr jetzt im Winter noch vorbeikommt mit dem Wohnmobil und sagt, neue Batterie rein, neue Batterie raus, machen wir das zum Nulltarif, außer es gibt irgendwie komische Umbaukosten. Aber im Standard kann man, wenn man jetzt eine Bleibatterie hat, also Blei, eine Säurebatterie, eine Schälbatterie oder eine AGM-Batterie, das ist alles Blei, und ihr wollt die tauschen, vorbeikommen, wir tauschen die nur für den Batteriepreis, dass es tauschen ist, weil ich dann das gut will dazu. Ja, ich mache hier oben über die Liontron gibt es neue, die Arctic-Batterien, mache ich euch ein Video, dann über die 150er und hier natürlich über diese 100 Ampere-Batterie, Videos, ich mache Tests mit den Batterien, was da drauf kommt, und klar könnt ihr mir natürlich mal irgendwann wieder ein Abo da lassen, dann verpasst ihr auch nichts, wenn ich irgendwie wieder einen verrückten Test mache. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.